hallo und servus liebe grüße hier aus hawai ja ähnlich wie beim aufstiegskongress laufen auch bei mir die letzten vorbereitungen auf hochtouren ich würde mich freuen möglichst viele von euch am 25 oktober zu treffen und wünsche euch bis dahin noch eine gute zeit ich hau mal rein bis dahin liebe grüße und aloha